Hallo, die Volkshochschule Region Kassel möchte Sie über den Lerntreff in Wolfhagen informieren. Der Lerntreff findet montags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im Rathaus Wolfhagen statt. Für wen ist ein Lerntreff? Ein Lerntreff ist für Erwachsene, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, aber Deutsch sprechen und verstehen können. Das Angebot ist kostenlos, eine Beratung kann auch anonym erfolgen, dann werden Daten zu ihrer Person weder weitergegeben noch gespeichert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Was ist der Lerntreff? Der Lerntreff unterstützt Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können. Es gibt dort Lernmaterialien. Es ist eine Person vor Ort, die beim Lernen unterstützen kann. Es wird Hilfe bei Behörden schreiben und Bewerbungen angeboten. Es wird über Kurse der Volkshochschule im Bereich Grundbildung informiert. Wie kommen Sie zum Lerntreff ins Rathaus Wolfhagen? Das zeigen wir Ihnen jetzt in diesem kurzen Video. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie zum Lerntreff kommen. Hier haben wir in Wolfhagen die Kirche. Die Kirche befindet sich in der Burgstraße. Hier rechts, dort hinten, ist das Hotel. Das ist das alte Rathaus. Und Sie müssen aber hier die Burgstraße entlang gehen zum Rathaus. Ich laufe das jetzt einfach mal für Sie ab. Kann man sich hier noch mal kurz unterstellen. Und dann sind es nur ein paar Schritte. Da geht es nämlich hier die Treppe auf zum Rathaus. Und Sie gehen dann einfach hier hinein ins Rathaus. Und drinnen gibt es einen Empfang, Bürgerservice und Touristinformationen. Und da fragen Sie einfach nach. Bis dahin. An wen können Sie sich wenden? Herr Lammers und Frau Weigl-Schaler beraten Sie gern. Ein Anruf genügt. Grundbildungstelefon 0561 1003 1003. Wilhelmshöhe Allee, 21 in Kassel. Gefördert aus Mitteln des Landes Hessen im Rahmen des Weiterbildungspaktes. GeFordert aus Mitteln des Landes Hessen im Rahmen des Weiterbildungspaktes. Untertitelung des ZDF, 2020